Hallöchen und herzlich willkommen hier zu diesem Video und heute zeige ich euch wie man hier ganz einfach dieses Jump'n'Run bei Bergwerk Labs, dem Server, in der Beschreibung, wie man da diesen Jump'n'Run hier komplett überspringen kann bzw. bis zur Hälfte ungefähr überspringen kann und das ist ganz einfach und hier beim Truck kann man hier auf den grünen Block springen und dann auf die Eisen Trapdoors und dann auf das schwarze Glas, dann ist man hier drauf und hat diesen Jump'n'Run bis hierhin übersprungen, dann kann man von hier aus dann das Jump'n'Run halt durchführen und von hier aus kann man dann weiterspringen und das kann man halt hier immer wieder machen und das ist sozusagen ein Checkpoint und das finde ich sehr nice und ja Leute, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es euch gefallen, mir ist ein Daumen da, wenn nein, dann nicht, bis dann und ciao!